Hi, mein Name ist Matteo. Mein Name ist Natascha. Und ich bin Yannick. Und wir freuen uns, euch im Namen der ÖH mit Wien den virtuellen Probe-Meter-T vorzustellen. Es geht uns hierbei darum, euch für eure Test-Simulationen realistische Zeitangaben und Durchsagen anzubieten. Mit den Timestamps könnt ihr entweder zu einem Test-Test springen, den ihr gerade durchgehen wollt, oder aber den ganzen Meter-T von vorne durchgehen. Und wenn ihr keine eigenen Unterlagen oder Simulation habt, könnt ihr euch gleich unter diesem Link herunterladen. Für weitere Informationen zum Studium und zum Meter-T könnt ihr uns auch gerne über Instagram und Facebook unter diesem Link folgen. Wir wünschen euch alles Gute und viel Erfolg bei der Vorbereitung. Basiskenntnistest für medizinische Studien. Dieser Aufgabentyp soll ihr naturwissenschaftliches Hintergrundwissen prüfen. In den folgenden Testteilen werden verschiedene Aufgaben aus den Bereichen Biologie, Chemie, Physik und Mathematik gestellt. Ihre Aufgabe ist es, eine der angegebenen Antwortmöglichkeiten von A bis E auszuwählen, die die Frage am besten beantwortet. Jede Frage lässt sich beantworten. Es gibt nur eine richtige Antwort pro Frage. Der Basiskenntnistest für medizinische Studien lässt sich in vier Testteile unterteilen, entsprechend den Aufgabenbereichen. Für Biologie haben sie 30 Minuten für 40 Aufgaben, für Chemie haben sie 18 Minuten für 24 Aufgaben, für Physik haben sie 16 Minuten für 18 Aufgaben, für Mathematik haben sie 11 Minuten für 12 Aufgaben. Sie dürfen während eines Testteils nicht zum nächsten oder vorherigen Testteil blättern. Sie dürfen die zum Aufgabenbereich gehörigen Aufgaben in einer beliebigen Reihenfolge lösen. Nehmen Sie Ihr Schreibgerät zur Hand, blättern Sie um, beginnen Sie jetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Legen Sie Ihr Schreibgerät beiseites und blättern Sie zum Stopp-Zeichen des Untertests Biologie vor Der Untertest Biologie ist somit beendet. Für die folgenden 24 Aufgaben im Fachbereich Chemie haben Sie 18 Minuten Zeit. Bitte nehmen Sie Ihr Schreibgerät zur Hand, blättern Sie um und beginnen Sie jetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Legen Sie Ihr Schreibgerät beiseite und blättern Sie zum Stopp-Zeichen des Untertests Chemie vor. Der Untertest Chemie ist somit beendet. Für die folgenden 18 Aufgaben im Fachbereich Physik haben Sie 16 Minuten Zeit. Bitte nehmen Sie Ihr Schreibgerät zur Hand, blättern Sie um und beginnen Sie jetzt. Vielen Dank. 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 Stopp. Vielen Dank. 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 geometrische Figuren gezeigt. Ihre Aufgabe ist es, herauszufinden, welcher der unter den Lösungsmöglichkeiten A bis D angegebenen Figuren sich aus den Teilen in der Aufgabe zusammenfügen lässt. Lässt sich die Figur zu keinem der angegebenen Lösungsvorschläge zusammensetzen, kreuzen Sie bitte E. Keine der Antwortmöglichkeiten ist richtig an. Hierbei sind die verschiedenen Proportionen der Teile irrelevant. Zudem ist es auch nicht erforderlich, dass die Teile gespiegelt werden. Für diese Aufgabe sind keine Hilfsmittel, Schreibgeräte lineal, anderer Zettel etc. erlaubt. Auch dürfen Sie keine Hilfslinie oder Punkte setzen. Der Vorgang der Zusammensetzung der Teile muss gedanklich gestehen. Für die folgenden 15 Aufgaben haben Sie 20 Minuten Zeit. Nehmen Sie Ihr Schreibgerät zur Hand, blättern Sie um, beginnen Sie jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Stop! Legen Sie ihr Schreibgerät beiseite und blättern Sie zum Stopp-Zeichen des Unter-Test Figurenzusammensätzen vor. Der Untertest Figuren zusammensetzen ist somit beendet. Der folgende Untertest lautet Gedächtnis und Merkfähigkeit. Dieser Aufgabentyp soll überprüfen, wie effektiv Sie sich Fakten merken können. Ihre Aufgabe ist es, sich die folgenden acht Allergieausweise einzuprägen. Auf jedem Allergiepass haben Sie folgende Informationen gegeben. Name, Geburtstag, Medikamenteneinnahme, Blutgruppe, bekannte Allergien, Ausweisnummer und Ausstellungsland. Die gelernten Ausweise werden nach dem Untertest Zahlenfolgen und Wortflüssigkeit abgeprüft. Es ist Ihnen nicht gestattet, während der Einbringphase Zahlenfolgen und Wortflüssigkeit Informationen zu den Ausweisen zu notieren. Für die folgenden acht Allergieausweise haben Sie acht Minuten Zeit. Nehmen Sie Ihr Schreibgerät zur Hand, blättern Sie um und beginnen Sie jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ist somit beendet. Der folgende Untertest lautet Zahlenfolgen. Dieser Aufgabentyp soll überprüfen, wie gut Sie Muster erkennen können. In den folgenden Aufgaben bekommen Sie Zahlen, deren Folge nach einem System abläuft. Das System wird ausschließlich auf den vier Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division beruhen. Ihre Aufgabe wird es sein, das System zu erkennen und die Zahlen logisch zu vervollständigen. Für die folgenden zehn Aufgaben haben Sie 15 Minuten Zeit. Nehmen Sie Ihr Schreibgerät zur Hand, blättern Sie um, beginnen Sie jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 bekommen, die sich zu einem deutschen Hauptwort zusammensetzen lassen. Ihre Aufgabe wird es sein, herauszufinden, welcher der Anfangsbuchstabe des gesuchten Wortes ist. Es müssen zur Lösungsfindung alle angegebenen Buchstaben der Reihe verwendet werden. Alle Wörter enthalten keine Umlaute und kein scharfes S. Es wird sich bei den gesuchten Worten nie um Eigennamen handeln, auch werden keine regionalen oder länderspezifischen Begriffe verwendet. Für die folgenden 15 Aufgaben haben Sie 20 Minuten Zeit. Nehmen Sie Ihr Schreibgerät zur Hand, blättern Sie um, beginnen Sie jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Aufgaben, Für die folgenden 25 Aufgaben haben Sie 15 Minuten Zeit. Nehmen Sie Ihr Schreibgerät zur Hand, blättern Sie um, beginnen Sie jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 herausfinden, welche der angegebenen Schlussfolgerung sich logisch zwingend aus den beiden Prämissen ableiten lässt. Sie sollten bei den angegebenen Prämissen von der Tatsache ausgehen, dass sie wahr sind, auch wenn sie nicht ihrer Erfahrung entsprechen. Für die folgenden zehn Aufgaben haben Sie zehn Minuten Zeit. Nehmen Sie Ihr Schreibgerät zur Hand, blättern Sie um, beginnen Sie jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Auswahlmöglichkeiten angekreuzt sein, wird für die gesamte Aufgabe mit 0 Punkten bewertet. Sollte für eine oder mehrere Emotionen die falsche Auswahlmöglichkeit angekreuzt sein, wird die gesamte Aufgabe mit 0 Punkten bewertet. Sie sollten sich sicher sein, dass Sie bei jeder Aufgabe für jede Emotion eine Auswahl getroffen haben und diese auch im entsprechenden Antwortfeld angekreuzt haben. Für die folgenden 14 Aufgaben haben Sie 21 Minuten Zeit. Nehmen Sie Ihr Schreibgerät zur Hand, blättern Sie um, beginnen Sie jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Stopp. Es muss für alle fünf beschriebenen Überlegungen eine eindeutige Zuordnung gefunden werden. Hierbei darf für jede Überlegung nur eine Wichtigkeitsstufe vergeben werden. Es können nie zwei Überlegungen einer Wichtigkeitsstufe zugeordnet werden. Sollten Sie für eine oder mehrere Überlegungen keine Antwort eingetragen haben, wird die gesamte Aufgabe mit null Punkten bewertet. Sollte für eine oder mehrere Überlegungen zwei gleiche Wichtigkeitsstufen angekreuzt sein, wird die gesamte Aufgabe mit null Punkten bewertet. Sie sollten sich sicher sein, dass Sie bei jeder Aufgabe für jede angestellte Überlegung eine Wichtigkeitsstufe und diese auch im entsprechenden Antwortfeld angekreuzt haben. Für die folgenden 14 Aufgaben haben Sie 21 Minuten Zeit. Nehmen Sie Ihr Schreibgerät zur Hand, blättern Sie um, beginnen Sie jetzt! Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Stopp. Vielen Dank.